Hallo und herzlich willkommen liebe Grünungsinteressierte. In diesem Modul möchte ich euch Methoden und Techniken vorstellen, die bei der Erstellung eines Business Models hilfreich sind. Ich möchte gerne die Methode Design Thinking in den Mittelpunkt drücken und euch einen Überblick über diverse eingesetzte Techniken geben. Jede dieser Methode und Techniken wäre ein eigenes Modul wert, aber gerade am Anfang ist es wichtig, dass sie einen guten und groben Überblick bekommt. So in diesem Sinne, let's get started. Design Thinking ist eine Methode, die Anfang der 1970er Jahre an der Universität in Stanford eingeführt wurde. Hier hat man sehr früh erkannt, dass eine rein technische Orientierung für die potenziellen und zukünftigen Anforderungen am Markt nicht ausreichend ist. Design Thinking ist eine Methode, die sich mit der Konzeptionierung und Gestaltung von Systemen und Objekten befasst und diese aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und allen voran den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Sie geht dabei nach einem iterativen Prozess vor und soll komplexe Problemstellungen in kundenorientierte, innovative Ergebnisse ummünzen, indem sie aus der Sicht des Kunden entwickelt werden. Das Verfahren orientiert sich an der Arbeit von Designern, die als eine Kombination von Verstehen, Beobachten, Ideenfindung, Verfeinerung, Ausführung und Lernen verstanden wird. Es gibt vier Phasen im iterativen Prozess des Design Thinkings. 1. Empathize. Hier werden die Bedürfnisse des Kunden durch Beobachtung, Interviews und durch das Hineinversetzen in den Kunden als explizite und implizite Bedürfnisse der Kunden identifiziert. 2. Define. Die Definitionen oder Beschreibungen eines Problems bilden den Startpunkt für jedes Design Thinking Projekt. In der Regel wird dieses vom Auftraggeber formuliert und dem Design Thinking Team als Challenge übergeben. Charakteristisch ist, dass die Challenge möglichst lösungsneutral formuliert wird und Raum für Fragen und bislang unentdeckte Aspekte zulässt. 3. Ideate. Brainstorming als Prozessschritt. Hier geht es darum, Ideen zu finden. Basierend auf den identifizierten Kundenbedürfnissen versucht man, so viele Ideen und mögliche Lösungsansätze wie möglich zu generieren. 4. Prototype. Mach es greifbar, lautet hier das Prinzip. Die Ideen, die ihr im vorherigen Schritt gefunden habt, sollen als Prototyp gebaut werden. In frühen Phasen eines Design Thinking Projekts steht dabei im Vordergrund, den künftigen Endnutzer des Produkts mit in die Ideenfindung einzubeziehen. In späteren Phasen hingegen prüfen die Prototypen die technische Realisierbarkeit und wirtschaftliche Produzierbarkeit unter realen Rahmenbedingungen. Dies gilt sowohl für technische Ideen und Lösungen als auch für Dienstleistungen, Prozesse oder Geschäftsmodelle. Für das Bauen von Dienstleistungen oder Prozessprototypen kommen unter Umständen auch unkonventionelle Methoden wie das Storytelling, das Zeichnen von Comics oder die Durchführung von Rollenspielen infrage. Im letzten Schritt geht es um den Test. In dieser Phase des Mikrozyklus testet man die gebauten Prototypen gemeinsam mit den potenziellen zukünftigen Nutzern. Im Mittelpunkt steht dabei, ein Verständnis zu entwickeln, welche Eigenschaften des Produktes, der Dienstleistung, den Kunden und den Endnutzer begeistern oder auch nicht. Womöglich werden diese gar von ihm abgelehnt und hier möchte ich herausfinden, was die entsprechenden Beweggründe für die jeweilige Entscheidung sind. Im Design Thinking stehen mehrere Techniken zur Verfügung, die während der jeweiligen Stufen eingesetzt werden können. Im Folgenden werden einige der bekannten Techniken vorgestellt, um einen Einblick in die konkrete Anwendung der Design Thinking Methode zu geben. Wir beginnen mit der Empathy Map. Man versucht sich komplett in den Kunden hinein zu versetzen und diesen zu verstehen. Dabei betrachtet man folgendes. Wie sieht der Kunde, was denkt und fühlt er, was hört er, was sagt und tut er, was schmerzt ihn bzw. es ist sein allergrößtes Problem und was möchte der Kunde erreichen, was ist sein Gewinn. All diese Dinge kann man grafisch darstellen und sollen wiederum eine gute Rückmeldung dafür sein, wie es meinen Kunden geht. Wir kommen zum Moodboard. Diese Technik kommt aus dem Arbeitsbereich der Kommunikation und Designwissenschaften und soll das Umfeld, die Stimmung, die Atmosphäre zu einzelnen Nutzer- und Kundengruppen auf einem Blick in einer plakativ erlebbaren Form darstellen. Die Elemente, Bilder, Videosequenzen, Texte, was auch immer, werden in dieser Art Collage zusammengetragen und lassen so Raum für die Vorstellungskraft und fürs Ausprobieren. Sie werden hier zusammengetragen, was sonst oft sehr mühsam und komplex beschrieben werden muss. Wir kommen zum Kanu. Das Kanu-Modell wurde 1978 entwickelt und ist nach wie vor ein tolles Tool, um die Kundenwünsche zu klassifizieren, damit man weiß, welche den Kunden zufrieden oder unzufrieden stimmen. Es wird dabei nach folgenden drei Kategorien unterschieden. Erstens die Basisanforderungen. Basisanforderungen sind jene Anforderungen, die für den Kunden als selbstverständlich erachtet werden und nicht explizit ausgesprochen werden. Bei ihrer Nichterfüllung führen diese zu einer sehr großen Unzufriedenheit auf Seiten des Kundens. Wenn du zum Beispiel ein Auto kaufst, gehst du von einer entsprechenden Sicherheit aus und nimmst gewisse Funktionalitäten als Grundvoraussetzung an. Ein Beispiel wäre hier das Bremsen. Wenn deine Bremsen oder dein Bremssystem Wiedererwarten nicht funktionieren sollte, dann wirst du nicht zufrieden, in Wirklichkeit sogar sehr unzufrieden sein. Das ist ein klassisches Beispiel für eine Basisanforderung. Zweitens die Leistungsanforderungen. Leistungsanforderungen schaffen Zufriedenheit. Sie sind dem Kunden bewusst und beseitigen das Gefühl der Unzufriedenheit. Die Zufriedenheit steigt proportional mit dem Erfüllungsgrad der angegebenen und ausgesprochenen Leistungsdefinitionen. Je höher der Erfüllungsgrad ist, des Zufriedenes dein Kunde. Leistungsanforderungen werden vom Kunden also ausdrücklich gewünscht und auch artikuliert. Drittens die Begeisterungsanforderungen. Das sind nicht formulierte, nicht erwartete Faktoren, die den Grad der Zufriedenheit steigern und sich eventuell auch vom Konkurrenzprodukt abheben. Das sind solche Anforderungen, die den Kunden begeistern. Sind sie weg, erzeugt es keine Unzufriedenheit. Sind sie da, machst du deinen Kunden unter Umständen sehr glücklich. Wir kommen zum Journey Mapping. Diese Methode wird auch Customer Journey genannt und versetzt dich beim Inanspruch nehmen deiner Produkte oder deiner Leistungen in die Position des Kunden. Meist gibt es beim Erwerb oder bei der Konsumation deines Produktes oder deiner Dienstleistung eine Vielzahl sogenannter Touchpoints mit dem Kunden in unterschiedlichen Bereichen mit unterschiedlichen Mitarbeitern. All diese Wahrnehmungen und Touchpoints geben eine unterschiedliche Sicht auf die Wahrnehmung des Unternehmens. Diese Reise des Kunden durch das Unternehmen solltest du so angenehm und reibungslos wie möglich gestalten. Sie ist ein sehr wichtiger Baustein, um langfristige und intensive Kundenbeziehungen aufzubauen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Wir kommen zu Mockups & Wireframing. Mockups & Wireframing sind Modelle und Prototypen für technische Systeme oder Softwarelösungen, die der Simulation von Nutzungsszenarien dienen. Während Mockups in der Softwareindustrie meist durch eine niedrig aufgelösten Prototypen dargestellt werden, können Mockups für technische Systeme durchaus einen hohen Auflösungsgrad erreichen und ein hohes technisches Geschick in der Realisierung verlangen. Open Hardware & Software Plattformen. Eine weitere und höhere aufgelöste Variante Prototypen zu bauen ist die Nutzung von sogenannten Open Hardware Plattformen. Diese Form des Prototyping eignet sich vor allem für die technischen Bestandteile von Produkten. So, liebe Gründungsinteressierten da draußen, ich denke und hoffe, wir haben heute wieder eine Vielzahl an Methoden und Techniken kennengelernt, die euch bei der Herausarbeitung eures Kundennutzens sehr hilfreich und dienlich sein können. Auch wenn wir nicht alle diese Methoden und Techniken im Detail besprochen haben und oft auch nur schlagwortmäßig angeführt, so denke ich, ist es ganz gut, die Dinge wenigstens zu kennen und sich bei Bedarf darauf zu vertiefen. In dem Sinne wünsche ich euch wie immer eine gute Reise und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's für heute.